Hallo meine Lieben, schön, dass ihr zu mir geführt worden seid und schön, dass ihr mich gefunden habt. Für alle, die neu sind, ich verbinde mich mit Seelen, das heißt, wenn du Fragen an deinen Seelenpartner hast, an deine Seele, an die Seele deiner Nachbarin, Kinder, Arbeitskollegen, Chefin, Cheffreundin, egal an welche Seele, dann brauche ich die Fragen dazu, ich verbinde mich mit der Seele, stelle mich als Kanal zur Verfügung und spreche das aus, was die Seele dir mitteilen möchte. Das geht auch, wenn du eine Sucht hast oder immer wiederkehrende Schmerzen, auch das möchte dir ja was mitteilen, als irgendetwas aus dem Gleichgewicht gefallen, aus der göttlichen Ordnung und möchte dich da mit dieser Sucht oder mit diesem Schmerz darauf hinweisen, schau mal hin, ja, auch da kann ich mich mit der Sucht oder mit dem Schmerz verbinden, zum Beispiel die Frage stellen, wieso bist du da, was möchtest du mir mitteilen, was ist mein nächster Schritt, dass ich da in Heilung kommen kann, ja. Genau, ich habe auch unten ein Video verlinkt, da kannst du sehen, wenn ich mich mit dem Seelenpartner verbinde, ja, wie das dann so, wie ich das dann so mache, ja. Und auch für alle, die neu sind, ich war 20 Jahre und oft mit meinem Seelenpartner, die letzten zweieinhalb Jahre mittlerweile, die Zeitrennen so, also mittlerweile sind es zweieinhalb Jahre, hatte ich gar keinen Kontakt mehr mit ihm. Und, ja, jetzt haben wir seit ungefähr sechs, acht Wochen wieder Kontakt und da berichte ich ja immer mal wieder, was gerade der Stand, wie der Stand bei uns ist und er öffnet sich ja auch immer mehr und redet auch immer mehr, wieso er dieses und jenes getan oder nicht getan hat, gesagt oder nicht gesagt hat. Und da möchte ich euch auch teilhaben lassen und genau, auch heute ist wieder so ein Thema, ich möchte über das Thema Lügen sprechen und mein Seelenpartner hat mich ja auch ständig belogen, ja. Und da haben wir auch drüber gesprochen und ich habe ihn auch gefragt, ja, wieso hast du mich denn belogen? Und da hat er gesagt, er wollte halt immer gut dastehen vor mir und er hat irgendwo schon immer gespürt, dass er innerlich gar nicht so die Stärke hat, dass er innerlich sehr verletzlich ist und das konnte er mir aber zu der Zeit nie offenbaren, weil er das selber auch nicht richtig greifen konnte. Er hat zwar immer gespürt, da ist was, aber er konnte es nie greifen und das kennen wir ja auch im Leben, ja. Da ist irgendwas, so ein Gefühl und es dauert eine Weile, bis wir wissen, ah, das ist es, oder? Wir brauchen Hilfe von außen, um dahin zu kommen, was es denn ist. Und bei ihm war halt die Lügerei, weil er das Stärke spielen wollte, ja. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber auch, er musste mich auch belügen, weil ich mich ja selber immer belogen habe. Er hat mir das ja dann damit zurückgespiegelt, ja. Heute weiß ich das, dass er mich belügen musste, um mich darauf hinzuweisen, schau mal, wo belügst du dich denn? Ja, ich habe mich ja ständig belogen, indem ich immer bei ihm war und geguckt habe, dass es ihm gut geht, immer gefragt habe, immer dafür gesorgt habe, was kann ich noch besser machen. Da habe ich mich ja selber belogen, indem ich bei mir nicht hingeguckt habe. Ich habe mich selber belogen, ich habe mich verleugnet, weil ich, weil ich, ja, ständig im Außen war. Ich habe immer gedacht, ja, wenn ich das und das noch mache für ihn oder das und das an mir ändere, dann sieht er endlich, wie toll ich bin. Da habe ich mich ja belogen. Im Endeffekt ging es darum, schau mal bei dir hin. Kümmer dich erst mal um dich. Schau mal, was du brauchst, wo du in Heilung gehen kannst. Ja, und das hat er mir mit seiner Lügerei ja ständig gespiegelt. Er lügt mich an, weil ich mich auch belogen habe. Das ist ganz interessant, schaut mal hin. Wenn euer Seelenpartner euch belügt oder Gefühlsklärer, Dualseelen, nennt, wie ihr es wollt. Schaut mal hin, wenn er euch belügt. Wo belügt ihr euch dann selber? Ja, das ist ganz wichtig. Und ja, da gilt es hinzugucken. Wo belügen wir uns selber, dass er uns belügen muss? Und das Schöne ist ja, jetzt belüge ich mich ja nicht mehr. Jetzt bin ich authentisch. Ich bin ja geheilt, was dieses, ich bin jetzt bei mir angekommen. Und deswegen kann er jetzt auch kommen und sich auch öffnen, weil meine Maske gefallen ist. Dieses mich selber belügen, da haben wir ja auch eine Maske auf. Wir sind nicht authentisch. Wir machen uns was vor. Und jetzt, wo meine Maske gefallen ist, kann auch seine Maske fallen. Und wir sprechen offen und ehrlich darüber. Und das geht aber nur, weil ich jetzt geheilt bin. Und er hat es auch spürt. Und jetzt kann auch er in Heilung gehen, indem wir darüber sprechen. Indem er sich jetzt wirklich voll und ganz offenbart und mir sagt, weißt du, ich wollte früher stark sein. Ich wollte dir beweisen, wie toll ich bin, weil ich innerlich gespürt habe, irgendwo, gar nichts ist toll. Und diese Maske, diese Lügerei, hat er 18 Jahre lang aufrechterhalten müssen, weil ich 18 Jahre lang mich selber belogen habe. Und erst, als ich vor ungefähr zwei, zweieinhalb Jahren bewusst mich entschieden habe, mir reicht es, jetzt fange ich an, mich zu heilen. Dann hat es auch bei ihm angefangen zu rattern. Er hat es energetisch gespürt und dadurch konnte er auch in Heilung gehen und sich immer mehr hinterfragen. Das erzähle ich euch ja immer wieder mal in den letzten Videos. Habe ich euch das ja schon auch immer wieder mitgeteilt. Und das ist so das Wertvolle, dass wenn du dich heilst, zieht er automatisch mit, auch wenn ihr keinen Kontakt habt. Wir hatten über zwei Jahre keinen Kontakt, aber er hat es energetisch gespürt. Und deswegen musste er in Heilung. Das erzählt er mir ja, dass er dann angefangen hat, immer mehr Bücher zu lesen. Oder dann sind Situationen gekommen. Genau, und er musste mich auch, wie ihm das auch bewusst geworden ist, dass er mich immer mehr, dass er mich so gelogen hat, war. In dem Moment, wo ich angefangen habe, mich zu heilen, hat er sich ja hinterfragt. Und dann sind ihm Situationen im Außen bewusst geworden, die waren schon immer da in seinem Leben. Aber er hat es immer mehr wahrgenommen, dass er im Außen auch von Menschen belogen wurde. Und dadurch ist ihm aufgefallen, stopp. Ich habe die Sabine Michelle auch immer belogen. Und weil er das erste Mal, je mehr wir ja in Heilung gehen, spüren wir ja, nehmen wir ja viel wahr. Und er konnte dadurch, wie gesagt, er wurde ja vorher sein Leben lang auch immer belogen. Aber je mehr er dann in Heilung gegangen ist, weil ich in Heilung gegangen bin, ist ihm das bewusst geworden. Hat er das richtig gespürt, wie sich das anfühlt, wenn andere ihn anlügen und er auch belogen wird? Was das mit ihm macht, wie scheiße, sorry für das Wort, aber es ist so, wie scheiße sich das anfühlt, wie weh das macht. Und damit ist ihm bewusst geworden, schmerzlich auch, wie muss ich erst die Sabine Michelle gefühlt haben? Weil wir waren ja in der Beziehung, wir waren ja in der Liebe. Dieses Lügen, wenn er von anderen, von Nachbarn oder von was ich jemand belogen worden ist, ist es ja auch schon schlimm. Aber wenn man erkennt, wie schlimm das ist, die eigene Freundin, die Person, die man ja wirklich liebt, belogen zu haben, das ist nochmal eine Dimension schlimmer. Und das ist ihm bewusst geworden, wie schmerzhaft bewusst. Mein Gott, jetzt spüre ich, wie es sich anfühlt, wenn man belogen wird. Und jetzt kann ich verstehen und nachfühlen, wie es meiner Sabine Michelle gegangen ist. Und da reden wir offen drüber. Ja, also er lügt, weil du dich belügst und er lügt, weil er das Starke spielen muss, weil er innerlich schwach ist, verletzlich ist. Und das kann er aber erst dir mitteilen und zeigen, wenn du in Heilung bist, wenn du geheilt bist. Ja, so und ich biete in meiner Webseite viel an, schaut nach. All das, wo ich mich dann selber in Heilung gebracht habe, möchte ich euch weitergeben, möchte für euch da sein und ich biete es euch an. Ja, schaut nach, ich habe viele Werkzeuge, viel, was ihr benutzen könnt, wo ich euch unterstützen kann. Seelenbotschaften, Vierschritteanleitung, Blockadenlösung, die habe ich jetzt noch nicht drin. Schaut, lest die Kommentare nach und in meiner Webseite. Und ich möchte euch, wisst ihr, ich habe nie geglaubt, dass ich mal da sitze, wo ich jetzt sitze. Glaubt mir. Ich habe die Hölle durch in meinem Leben und viele haben auch die Hölle durch. Ich hatte sämtliche Süchte, Bulimie, ich hatte Kaufsucht, ich habe bis vor zweieinhalb Jahren geraucht oder bis vor zwei Jahren wie ein Schlot, wirklich. Ich hatte Depressionen, ich wurde ständig gemobbt, ich hatte so viel Süchte, das ist alles weg. Ich bin geheilt. Und da müsst ihr hinkommen, da dürft ihr hinkommen. Und ihr werdet spüren und selber erleben, was sich für Türen auftun. Er ist wieder gekommen, wir sind wieder in Kontakt. Er spricht sogar davon wieder, immer wenn wir on off waren, hat er gesagt, ja, nur Freundschaft, nur Freundschaft. Vielleicht entsteht mal mehr draus, aber jetzt erstmal nur Freundschaft. Dolche, 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 die ich ins Messer gerammt bekommen habe. Jetzt spricht er davon, dass er mit mir zusammenziehen möchte, dass das in seinem Kopf ist, dass er sich darüber Gedanken macht. Jetzt, wo ich, wo es für mich völlig in Ordnung ist, wenn er sagt, er will nur Freundschaft. Und ich merke, es triggert mich nichts mehr an. Jetzt kann er einen Schritt weiter gehen. Und jetzt ist Thema Zusammenziehen. Also immer mehr. Ist das nicht toll? Und deswegen lege ich euch so ans Herz. Ihr könnt es alles auch haben, wenn ihr in Heilung geht. Und wenn ihr in Heilung seid und ihr an einem Punkt seid, dass ihr nicht mehr wollt, doch, macht weiter. Glaubt mir, ich war oft an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll, mir reicht es. Ich will nicht mehr. Schaut mal, ich sitze hier. Ich habe weiter gemacht. Und ihr macht auch weiter, okay? Also, meine Lieben, glaubt an euch, bleibt dran, heilt euch. Und auch, wenn ihr es nicht für ihn macht, macht es für euch. Im Endeffekt, er zieht ja trotzdem nach. Ja, weil manche sagen, nee, für ihn heile ich mich nicht. Ich mache es doch nicht wegen ihm. Oder ich habe keine Lust mehr. Und dann geben viele auf. Nein, dann macht es für euch. Und trotzdem ist das schöne Nebeneffekt. Er zieht trotzdem mit. Die letzten zwei Jahre, zweieinhalb Jahren, habe ich auch gesagt, mir reicht es. Mach es nicht mehr. Wer nicht mehr, Punkt. Ich habe es für mich gemacht. Und? Jetzt ist er da. Okay? Ganz automatisch. Ganz automatisch. Okay, ihr Lieben? Also. Ich habe euch lieb und ich danke allen. Ich danke euch allen, dass ihr mir so vertraut. All meinen Kunden. Ich liebe euch und ich danke euch aus diesem Herzen, dass ihr mir so vertraut. Und auch immer mehr wirklich die Chance nutzt, wenn ihr spürt, ihr steckt gerade, dass ihr die Blockadenlösung macht. Oder dass ihr ein 15 Minuten, 20 Minuten Gespräch bucht, wenn ihr spürt, ihr kommt gerade nicht weiter. Und dann geht es wieder weiter, weiter, weiter. Ja? Sondern ihr nutzt die Chance immer mehr. Und bucht einfach nur diese 15 oder 20 Minuten, wenn ihr wirklich gerade merkt, was ist das gerade? Ich komme da nicht weiter. Weil diese Blockaden halten euch ja. Dann steht ihr. Und wenn ihr steht, steht ihr auch. Also, bleibt dran, bleibt dran, bleibt dran, ihr Lieben. Ich liebe euch. Okay? Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, dass ihr mich weiter teilt, dass ihr mich abonniert. Und ich würde mich auch über einen Energieausgleich, würde ich mich auch sehr freuen. Okay? Also meine Lieben. Tschüss. Musik Musik Sabine Michelle.